Wir sind auf dem Hof von Heidi Lorenzen und von Rüdiger Eggers. Wir haben heute hier bei euch einen Biomeiler aufgebaut, der als Versuchs- und Testmeiler entstanden ist, um dann zum späteren Zeitpunkt im September oder Oktober einen großen Biomeiler aufzubauen, der dann wahrscheinlich 150 oder 160 Kubikmeter haben wird. Ich freue mich, dass das heute bei euch so wunderbar geklappt hat und dass wir jetzt zum Feierabend hin nach dem Kaffee und Kuh auch noch ein bisschen Sonnenschein haben. Heidi, wie hat dir das gefallen, dass wir auf die Biomeiler-Idee gekommen sind? Ja, ich finde das eine gute Idee und ich finde es schön, wenn ich im Winter die Wärme nutzen kann und warmes Wasser nutzen kann. Also ich freue mich schon drauf, dass es richtig losgeht. Ja, das ist ja auch genau der Effekt, den wir haben wollen. Rüdiger, willst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, wie du auf den Biomeiler gekommen bist? Ja, durch meinen Sohn, meinen ältesten Sohn. Der hat mir so eine Broschüre zugesteckt von Native Paul, von so einem Arbeitskollegen. Und hat gesagt, Vater, da ist doch bestimmt was für dich. Du suchst doch immer irgendwie nach alternativen Leben und am Tag zu sein. Ja, das habe ich mir dann angeschaut und passte genau das, was ich eigentlich immer gesucht habe, viele Jahre. Und dann hat sich das alles in einer Art und Weise so dramatisch schnell entwickelt, dass der Häcksel und alles, was dafür gebraucht wurde, quasi vor der Tür lag, dass ich es nur noch Häckseln brauchte. Der Nachbar hilft mittlerweile, der Henning Jürgensen. Der hat uns seinen Radlader heute zur Verfügung bestellt. Wir stehen jetzt hier vor dem Biomaler, den wir heute aufgebaut haben. Heute Morgen um neun haben wir angefangen. Dieser Biomaler ist gegen die Häuserwand gelehnt von dem Schuppen. Und was haben wir jetzt hier genau gemacht, Herr? Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben die Materialien, die du uns empfohlen hast, hier reinzubringen, zusammengebracht. Und Henning, mein Nachbar, hat mit dem Radlader die ganzen Sachen, was wir jetzt hier sehen können, also im Falle Stroh und auch noch die Reste, die wir hier jetzt auf dem Hof hatten mit Gestrüpp und die letzten Sachen noch von den Kastanien im letzten Jahr. Und alles, was man so eigentlich verkompostiert, haben wir damit reingelegt, den Kuhmist, circa 15 Kubik und ich meine so 35 bis 30 Kubik, denke ich mal, haben wir den Schredder jetzt hier drin. Und jetzt sind wir die ganze Zeit noch kräftig dabei, Wasser nachzulegen, sodass wir mindestens 4.000 bis 5.000 Liter wohl drin haben. Und wir haben das alles sehr festgestampft, damit der Sauerstoff so ein bisschen entweichen kann. Und ja, nun, und dann muss ich ja noch hinzu sagen, ja, ab 70, 80 Zentimeter haben wir dann die ersten Rohre verlegt. Und weil das ja ein Versuchsmiler ist, haben wir in dem Falle drei verschiedene Arten von Rohre reingelegt, damit wir eben drei verschiedene Patente ausprobieren können. Einmal Brauchwasser, Trinkwasser und ein Schlauch von 8 Zentimeter Durchmesser, so ein Drainagerohr ohne Loch, dass wir dann ins Gewächshaus führen können, dass die warme Luft, die sich eben auch in dem Meiler befindet, dort eingeführt werden kann. Ja, also wir haben ja mit Absicht diese drei unterschiedlichen Rohrarten gewählt. Also einmal das dicke, schwarze Rohr, was wir also PE-Rohr, was wir immer nehmen für die Heizung. Dann haben wir ja nochmal das diffusionsfreie Rohr, Mehrschichtverbundrohr reingelegt, was man sonst auch aus dem Bau der Fußbodenheizung kennt oder für warmes Wasser, also zum Duschen nimmt. Und das Drainagerohr, das keine Löcher hat, also das Rohr, was normalerweise im Boden das Wasser ableitet, haben wir als Luftrohr reingelegt. Und alle drei Sachen sind jetzt sozusagen zum Anschauen und Ausprobieren hier eingebaut worden. Und das hat ja nicht nur den Effekt, dass du für dich selber das alles anguckst und dann bewerten wirst, was du im Herbst einbauen wirst, sondern es ist ja auch so, dass die ganzen Nachbarn und auch die ganzen Landwirte, die in der Umgebung für die Holzhackschnitzel gesorgt hatten, sicherlich über die Zeit hinweg mal hier vorbeikommen werden, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Das ist vollkommen richtig, weil wir leben jetzt in einer Zeit, wo das Umdenken absolut erforderlich und notwendig ist. Und an allen Ecken und Enden sehen wir ja, dass sich die Menschen Gedanken darüber machen, was unsere Politiker und die, die das sogenannte Sagen haben, aus unserer Umwelt eigentlich machen. Und ich mache mir so große Sorgen darüber, dass unsere Kindeskinder von uns ein Erbe bekommen, das gar nicht mehr möglich ist, auf diesem Planeten weiterzuleben. Weil es immer schwieriger wird, autark zu leben, zu dürfen, dass einem so viele Schwierigkeiten gemacht werden. Wir gerade hier in Nordfriesland haben vor einem Jahr das Problem mit der CO2-Entlagergeschichte hinter uns gebracht, mit sehr viel Aufkommen der Menschen hier, dass sie das nicht wollen. Jetzt haben wir die Geschichte mit dem Fracking vor der Tür. Jetzt wollen sie uns den Boden mit irgendwelchen Chemikalien vergiften, wo wir nicht mal wissen, was für Chemikalien drin sind, weil das geheim ist. Und das sind alles Lebensumstände, die mir Sorgen machen. Und ich glaube, dass mit diesem winzig kleinen Biomeiler eben auch ein Teil dazu beigetragen wird, dass wir in der Gesellschaft vielleicht mal ein Umdenken entwickeln, dass wir mal anfangen, mit den Rohstoffen und mit dem, was wir haben, was uns umgibt, etwas erreichen können, was wir eigentlich zum Leben brauchen. Und das ist Wärme und das ist Brot und Wasser. So, wenn wir diese drei Dinge haben, dann geht es den Menschen gut. Und wenn uns das weggenommen wird, dann wird uns allen die Existenz genommen zum Leben. So, und das sieht aus meiner Sicht so aus, dass das dazu beiträgt, weil das nicht nur Rohstoffe sind, die wir durch einen Schornstein jagen und dann ist nur noch Asche übrig, sondern wir haben Wärme und nachdem das eben ausgewärmt ist, haben wir einen wunderbaren Humus, den wir dann auf dem Feld oder auf dem Garten verteilen können und können wunderbares Gemüse machen. Und all diese Sachen, die dann wieder als Unrat anfallen, kommen wieder dorthin zurück. Und das ist dieser Kreislauf, der mich begeistert und fasziniert. Nun haben wir ja eine ganz besondere Situation. Wir haben ja vor 14 Tagen oder es ist jetzt schon drei Wochen her einen der von uns aufgebauten Biomeiler in Süge abgebaut. Und wir haben ja jetzt nicht nur die Materialien, die dort abgebaut worden sind, bei dir recycelt. Also du bist hier rübergekommen von Flensburg aus nach Bremen, um den Biomeilerabbau mit anzuschauen. Und wir haben ja praktisch die ganzen Materialien, die da mal verwendet worden sind, praktisch geborgen, um sie hier auch wieder zum Einsatz zu bringen. Das hat ja wunderbar geklappt. Aber wir haben auch eine Sache gemacht. Wir haben ja für dein Gewächshaus aus diesem Biomeiler anderthalbjähriges Material, also den Humus, der dort schon entstanden ist, mitgebracht. Ich stehe jetzt hier zusammen mit Alexander, mit Susanne und mit Miron. Miron ist unser jüngster Aufbauer von einem Biomeiler. Na nicht, Miron? Alexander, wie bist du auf einen Biomeiler gekommen? Ein Freund hat mir von erzählt und dann habe ich recherchiert und hier eure Seite gefunden. Also Empfehlung und übers Internet hast du gefunden, wo du hin sollst. Genau. Wo kommt ihr beide her? Also aus der Nähe von Wismar. Aus der Nähe von Wismar. Richtig. Zwischen Wismar und Schwerin. Genau. Und wie sind eure Pläne? Könnt ihr selber mit einem Biomaler was anfangen oder ist das jetzt ein Besuch aus reinem Interesse? Ja, auf jeden Fall. Wir denken darüber nach, sowas zu bauen. Genau. Wir müssen halt gucken, platzmäßig, wie das hinhaut. Aber wir haben sehr Lust drauf. Ja. Wir haben auch schon Häcksel ein bisschen da und so. Ja. Und macht total Sinn für dich zur Beheizung der Aquarien. Wenn du sagst zur Beheizung der Aquarien, dann hört sich das mehr an wie ein paar Eimer oder ein paar Badewannen voll. Es gibt ein 2000 Liter Becken, ja. Und ein 500 Liter Becken, genau. Ja. Ja, das sind ja schon ganz ordentliche Dimensionen. Also eine Badewanne hat 220 Liter und dann hast du ja ein Vielfaches von dem, was man sonst aus einer Badewanne kennt. Ja, ja. Ein kleiner Swimmingpool. Ein kleiner Swimmingpool. Ja. Und ist das die Hauptattraktion in eurem Wohnzimmer oder wo haben die Aquarien ihren Platz gefunden? Ja, genau. Im Wohnzimmer. Genau. Südamerika-Becken. Immer so 27 Grad. Ah, das bedeutet, wenn du sagst Südamerika-Becken, dass das ein Salzwasserbecken ist? Nee, nee, nee. Das ist Amazonas-Flussbecken, genau. So Weichwasser, ja. Na gut, also das hört sich so an, als ob die 2500 Liter ganz gut Heizung vertragen können. Ja. Und zusätzlich würde dann die Heizung auch bei euch im Haus mit zum Einsatz kommen, ne? Genau. Ja, genau. Gut, wunderbar. Dann freue ich mich, dass der Biomaler seinen Weg auch nach Wismar findet oder Mecklenburg-Vorpommern finden. Und dass dann unter Umständen zum Herbst hin bei euch auch ein Biomaler entstehen wird. Ja, genau. Auf jeden Fall. Gut, dann wünsche ich euch nochmal eine gute Heimreise und vielen Dank, dass ihr beim Aufbau des Biomalers mit dabei gewesen seid. Ja, danke. Sehr informativ. Ja. Hallo Sörn. Vielen Dank, dass du aus Dänemark zu uns gekommen bist, um mit uns zusammen den Biomaler aufzubauen. Sörn, wie hast du denn überhaupt vom Biomaler erfahren? Ich habe in einer dänischen Zeitung gelesen, über die ersten Dänen, das hier war, ein Workshop zu machen. Und dann habe ich, ja, das ist für mich, weil es ist so einfach und billig auch. Also du hast praktisch von einem Dänen gehört, dass der Biomaler gebaut wird und hast in der Zeitung davon gelesen und dann über das Internet die Seminarankündigung gefunden und hast dann praktisch hier zu dem Aufbau von dem Biomaler gefunden. Ja. Ja. Gut. Wirst du selber für dich einen Biomaler aufbauen? Ja, ja, das ist klar. Ich möchte gerne ins September oder Oktober einbauen. Ungefähr 60, 70, wie heißt das? Kubikmeter. Kubikmeter, ja. Und dann, ja. Ja, also wenn du dann praktisch einen Biomaler aufbauen wirst von 60 bis 80 Kubikmetern, dann hast du ja eine ganz gute Unterstützung für deine Heizung auch erreicht. Ja, was ich ans Internet gelesen habe, das wird reichen für mein Haus. Und ich habe auch Holz und Erdöl. So, ich habe viele Dinge. Also eine Holzhackschnitzelheizung und eine Erdöl, also eine Ölheizung, die praktisch in dem Haus jetzt im Moment gerade noch heilt? Nein, nein, nein. Es steht da für zwei, drei Jahre her. Ich habe nur mit Holz aufgewärmt. Ah, okay. Die Ölheizung ist also nur in der Reserve. Ja, ja. Und zu säuer. Sehr viel zu säuer. Richtig. Was hast du denn für eine Heizung? Welche Temperatur braucht deine Heizung? Hast du eine Heizung mit Radiatoren oder hast du eine Heizung mit Fußbodenheizung? Ich habe beide, aber meistens Radiationen. Ich brauche ungefähr 45 Grad Vorlauf. Ah, das ist natürlich eine richtige Temperatur für den Biomeiler, denn der Biomeiler wird ja über den Zeitraum von 8 bis 12 Monaten die Temperatur von 45 bis 48 Grad liefern. Und das würde dann ja praktisch bedeuten, dass für zwei Heizperioden der Biomeiler deine Heizung sehr gut unterstützen kann. Ja, und das finde ich prima, weil ich heutzutage möchte ich ein, zwei Stunden jeden Tag mit Holz arbeiten. Saaben und Flächen und einfahren und ausfahren und mit den Ketteln arbeiten. Wenn ich eine Woche in der Arbeit arbeiten könnte, einmal ins Jahr, dann würde ich sehr froh werden. Ah, okay. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du mit deiner Holzheizung, die du benutzt, relativ viel Arbeit. Und wenn du die Arbeit dann auf den Aufbau von einem Biomeiler reduzieren kannst, also anderthalb Tage oder zwei Tage Aufbau von dem Biomeiler und dann praktisch, wenn du in die nächste Periode gehst, nochmal anderthalb oder zwei Tage für den Ab- und Aufbau verwendest, dann ist für dich neben der Ersparnis von dem Material und von dem Heizöl auch noch der Effekt eingetreten, dass du viel Arbeit gespart hast. Ja, und die Umwelt viel gespart auch, weil es ist so einfach. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja mit dem Workshop genau das getroffen, nachdem du gesucht hast. Und dann freue ich mich auch ganz riesig, dass es dir Spaß gemacht hat. Und dann haben wir jetzt gerade Kaffee getrunken und ich wünsche dir einen guten Weg nach Hause. Wir haben heute Morgen um neun angefangen. Wie viel Uhr ist es jetzt ungefähr? Halb vier. Halb vier, glaube ich. Halb vier. Und wir haben schon ein bisschen Kaffee getrunken, also haben wir hier ganz ordentliche Arbeit heute geleistet. Ja, das ist eine schöne Tage und ich danke euch auch, dass ich mitarbeiten konnte. Ja, super, klasse. Also dann ganz, ganz gute Heimfahrt. Vielen Dank für deine Hilfe. Und ich freue mich, wenn ich dann höre, dass im September oder Oktober bei euch ein Biomaler gebaut worden ist. Vielen Dank. Ja, danke auch.